Allein 150.000 Arbeitsplätze wackeln im Messebau. Die Lufthansa streicht 50 Prozent der Fernflüge. Das hat Auswirkungen auf die Jobs. Deshalb soll Wirtschaft und Arbeitnehmern jetzt mit dem Kurzarbeitergeld geholfen werden. Das Entscheidende war jetzt, dass wir Stabilität auf dem Arbeitsmarkt bringen. Das heißt, dass wir punktgenau in Unternehmen, die jetzt stark belastet sind, Kurzarbeit einführen können. Die Unternehmen sollen leichter Kurzarbeitergeld beantragen können. 60 Prozent des Lohnausfalls wird dann von der Bundesagentur abgedeckt. Und auch 100 Prozent der Sozialbeiträge. Entlassungen sollen vermieden werden, damit, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, gleich losgelegt werden kann. Zusätzlich werden 140 Milliarden Euro für die nächsten zehn Jahre bereitgestellt. Profitieren sollen besonders betroffene Branchen. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Virus, das für die Menschen so gefährlich ist, am Ende auch die Weltwirtschaft infiziert und krank macht. Denn das befürchten die Anleger. Weltweit stürzten die Aktienkurse ab. An der Wall Street wurde 15 Minuten der Aktienhandel ausgesetzt. Ökonomen fürchten auch, dass die Hilfen nicht ausreichen könnten. Der Maßnahmenkatalog ist eine notwendige, aber mit Sicherheit nicht hinreichende Bedingung dafür, dass die deutsche Wirtschaft diese Krise meistern kann. Positiv für Verbraucher. Die Industrie lahmt und braucht weniger Öl. Zusätzlich streiten Saudi-Arabien und Russland um Fördermengen. Der Preis für Öl sinkt deutlich. Benzin- und Dieselpreise folgen auch. In Berlin kostet Diesel 1,11 Euro. Das dürfte noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. Auch Heizöl dürfte deutlich preiswerter werden.